Man hätte das natürlich jetzt auch besser machen können. Oh, das ist cool. Du hast Punkt-zu-Punkt-Rennen gemacht. Ja, das ist immer ein Punkt-zu-Punkt-Rennen. Das geht nicht anders. Ich hätte 10.000 auf mich wetten können. Man konnte irgendwie nicht wetten, ich weiß auch nicht warum. Achso, ja, dann bist du schon. Oh, leid. Ich fahr dritter auf dem Ziel. Genau. Du bist dritter? Ja, ich hab mich ja irgendwie zwischendurch gedreht. Wieso hast du dich gedreht? Weil da ein scheiß Stein war. Achso. Lass mich. Also du hast dich heute echt übelst oft gedreht, aber woran liegt denn das? Ich weiß nicht, vielleicht wer das kann. Ja. Ja, alles klar. Oh, erst mal Munition kaufen. Gefällt mich. Gucken wir mal. Bestimmt, wir haben ein Doppel-EP-Time und so. Und ich hab trotzdem... Okay, das ist richtig. Und Doppel-Geld-Teil. Dann müssten wir eigentlich richtig viel jetzt noch spielen und so, dass sich das auch lohnt. Eigentlich nicht. Eigentlich müssten wir hart cheaten, ohne dass Roxanne es mal merkt. Wir können es ja mal versuchen. Ich mach wieder drei Runden. Hä? Das waren gerade drei Sack, gerade keine Runden. Alter, du. Raubfrei. Hä? Was? Ne, ich mache jetzt in diesen kommenden Rennen drei Runden. Achso. So. Wie du kommen musst. Ne, das sowieso. Gucken wir mal, ob es jetzt was wird. Go, go, go. Boah, ich sag dir. Er schreibt's wirklich. Er schreibt's wirklich, doch. Alter, was ist das? Das ist ein Art von Samy Oneplay. Aber das ist ein Deutscher. Ja, mir doch scheißegal. Ja, der wird's nicht checken. Ja, mir doch scheißegal. Wow, ein Level 10er. Ey, das sieht aus wie ein Penis. Da unten rechts dieses, dieses Symbol. Oh, jetzt ist es weg. Hä? Ja, da hatte einer so ein Crew-Symbol, das sah aus wie ein Penis. Warst eifersüchtig. Ja, genau. Ich kann ja auch in das Logo von Cubilt noch ein Penis mit einbauen. Äh, aber ich hab sowas voll schnell aus der Crew draus, ey. Hä, wieso? Keine Ahnung. Ich guck mal kurz. Ich steh halt nicht so auf Schwänze wie du. Info bei gedrehtem Spiel, ey. Ich suche jetzt den Penis. Ich möchte den Penis gerne nochmal sehen. Hä, wo ist der denn? Warum werden wir die jetzt nicht angezeigt? Fick dich. Go, go, go. Warte. Okay, der eine ist scheinbar wieder raus. Oder, nee, wir werden die Crews nicht angezeigt. Hä, what the fuck? Okay, scheiß drauf. Da haben wir aber auch nur zwei Leute, keine Corona-Symbol. Ja, aber wenn du auf Info beigetretener Spieler ansehen gehst, da haben nur drei Leute in der Crew. Vielleicht, weil die da einfach nicht in der Übersicht angezeigt werden. Keine Ahnung. Der eine ist in der Crew Audi. Und der eine, der schreibt Kastensprache oder so. Audi. Der andere schreibt auch Kastensprache. Sind die dumm? Ich verstehe keine Kastensprache. Sind die drin? Andere Kastensprache? Fragezeichen. Wieder Kastensprache. Was ist das, Alter? Ja, wahrscheinlich irgendeine andere Sprache, die einfach nicht angezeigt werden kann, weil Rockstar zu dumm ist, um das so zu programmieren. Was weiß ich denn? Ich weiß ja nicht, ob hier irgendwie... Achso, das sind jetzt nur Sportwagen. Ja. Oh, ich weiß es... Ach, scheiße. Hättest du... Hättest du Ding, ähm... Hättest du Ding angemacht? Äh, hier. Eigene Fahrzeuge. Hätte ich mal ein Chester nehmen können. Oh, ich glaube, ich nehme das da. Gucken wir mal. Oh, in rot. Und ich möchte bitte nicht nackt sein. Dankeschön. Bestätigen. Gucken wir mal, was die anderen... Die nehmen alle den 770. Okay, der hat ein bisschen bessere Traktion und eine bessere Höchstgeschwindigkeit, aber... Ich will nicht so Mainstream sein. Hä? Ich wollte nicht... Oh, Mann. Ich habe eigentlich ein anderes Auto ausgewählt, aber okay. Tam, tam, tam. Aber ich finde es cool. Also ich könnte mich dran gewöhnen, immer als Erster zu starten. Ich könnte mich nicht so unbedingt dran gewöhnen, immer als Letzter ins Ziel zu kommen, aber als Erster zu starten, finde ich nicht schlecht. Haha, er ist gegen die Wand gefahren. So einig. Der kann ja gar nichts. Oh, scheiße. Na, fick dich. Hui. Ich bin Letzter. Aber alle, die runtergefallen sind, sind Letzter. Dani, was soll ich dir noch was sagen? Es kann immer nur einer Letzter sein. Nein, wir sind alle... Nein, ich bin schon wieder fast ins Wasser gefallen. Ach, Leute, warum fährst du dann vor mir lang? Nein! So ein Spaß. Da stellt er sich mir einfach in den Weg. Das wollte ich nicht. Der denkt jetzt bestimmt, ich bin voll arschig, ey. Dabei fahre ich normalerweise ganz nett. Und den habe ich auch schon wieder weggedrängt. Ja, das muss mir mal wer sagen, dass hier Wasser ist. Ich bin übrigens zübter. Wir waren so betrunken, hat hier Wasser hingestellt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat sich auch einfach eine in die Hürse geklingelt. Ich will mich nicht waschen. Ich habe Durst. Ja. Es ist so unlogisch, weißt du... Nicht trennen, Ding, ne? Auto krepiert sofort bei so einer hohen Welle. Haha. Aber hier... Er hat sich selbst rausgeschmissen und so ein Nug. Der wollte mich wegkippen. Ich glaube es ja wohl nicht. Sowas lasse ich nicht mit mir machen. Leih, da kam gerade Wasser hochgeschossen. Ey, das ist rauch. Sah ja krass aus. Ah, bist du hinter mir? Welcher Platz bist du? Neun. Okay, ich bin siebter. Scheiß, die Wand an. Wie kriege ich sowas denn eigentlich immer wieder hin? Ich glaube es nicht. Ach man. Hä, was will der denn eigentlich von mir? Meine Fresse. Immer diese Leute, die einen hier rumbrammen und so. Haha. Aber er kriegt es nicht hin. Ah. Ah. Leih, das ist das Wasser durch die Fahrbahn gespritzt. Oh leih. Nein. Fuck. Oh. Gerettet. Scheiße. Ach, Donnie. Du ziehst mich voll mit runter. Allmal, ich bin hinter dir. Ich hab's gesehen. Hab ich dich halt in der Luft runtergeschmissen? Ich weiß nicht. Komm, Dani, dann versuch mich doch zu überholen. Haha, schaffst's ja eh nicht. Ja, mit dem Fahrzeug sowieso nicht. Ich komm mit dem nicht klar. Was ist das denn für ein Fahrzeug? Es ist der Chester. Achso. Hä, nee. Dani, du hast es nicht, der Chester. Alter! Ernsthaft! Bist du aus dem Rennball rausgeflogen? Nee, bin ich nicht. Schade. Aber die wollen mich gerade echt alle verarschen. Eben gerade war ich nur siebter, ey. Jetzt bin ich neunter. Schön für dich. Warum bin ich jetzt auf einmal... Warum war ich kurz zwölfter, ey? Bin ich nicht verarschen. Oh, aber den überhole ich jetzt. Im Flug! Bam! Bin fast auf ihn draufgefallen. Ich glaube... Ernsthaft, willst du mich denn eigentlich checken? Nein! Warum ist hier denn überall Wasser? Ach, kommt schon. Und der Nächste ist schon wieder hinter dir. Ich glaub's doch nicht. Aber ich hab ja zum Glück noch eine Runde, um wieder aufzuhören. Vielleicht sollte ich nicht so unbedingt die ganze Zeit mit der Wand knutschen, sondern auch mal geradeaus fahren. Aber sonst... Okay. Nein! Ach, komm schon! Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es hört sich lustig an. Ja, nein, es ist nicht lustig. Ich mach jetzt den hier. Ich bin Achter übrigens. Oh, schade. Ich dachte, ich krieg damit was Cooles hin, aber hat nicht so funktioniert. Warte, bin ich... Ich bin Letzter. Ja, cool. Ernsthaft. Leute, Leute, Leute. Aber wir sind noch in der zweiten Runde, also von daher... Ich hab noch eine Chance. Wenn einer davon jetzt sehr stark failt. Dann hab ich noch eine ganz geringe Chance. Warum denn? Ich bin echt zu unfähig geworden, hier ein GTA-Auto zu fahren. Oder das Auto ist einfach nur scheiße. Das Auto ist auch scheiße. Okay. Danke, dass du mir... ...nach interessiert hast. Aber du bist halt die größte Scheiße. So, von dem her. Deine Mama ist die größte Scheiße. Kann nicht gut fahren. Hä? Warum soll ich denn auf die Scheiße drauf scheißen? Das ist ja voll ekelhaft. Hä? Wieso soll... Hä? Was? Ich sag dir Scheiße auf Scheiße kann nicht gut fahren. Scheiße auf Scheiße. Ich hab verstanden. Ich soll auf Scheiße scheißen. Du weißt. Was heißt, du auf Scheiße scheißen? Ja, das frage ich mich halt auch, ne? Das heißt, du suchst dir irgendwo Scheiße aus, wo du drauf scheißen kannst, oder was? So im Katzenklo am besten, oder? Ja. Genau dann. Was denn? Warum sind denn alle so weit weg? Wollt ihr nicht auf mich warten? Ich bin neunt, aber mich hat einer überholt. Ich hab ihn wieder überholt. Er ist gegen den Pfosten gefahren. Bei dem einen Ring. So viel Zeit. Oh, lol. Ich glaub, das Auto ist einfach nur zu scheiße. Es wird garantiert am Auto liegen. Wie sollen wir denn hier um die Pumpe fahren? Mann, Mann, Mann. Also als Letzter die ganze Zeit? Oh, die sind... Hat das Rennen als Sechster. Also die Hälfte der Leute sind schon im Ziel. Und der Haus, der fährt ganz hinten hinterher. Na, das gehört sich's auch. Aber da vorne, ich hol den einen noch ein. Komm schon. 14 Sekunden noch. Der muss nur noch fehlen. Also, wenn du wieder Letzter wirst, ne? Ich werd garantiert Letzter. Dann ist es wie beim Ersten. Wobei, wenn ich das Rennen nicht beendet habe, dann steht's ja eigentlich nicht fest, dass ich Letzter wurde, oder? Ich hab den einen wieder überholt. Ich bin wieder Achtung, geh jetzt ins Ziel. Nein! Fick dich. Ha, 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 ha. Alter. Mann, bist du ein Loob. Halt die Fresse, du bist auch nicht reingekommen. Aber ich war kurz vorm Ziel, ich werd noch reingekommen. Das ist so behindert. Oh, ein Nazi hat gewonnen. Was denn? Ha, und ich bin nicht Letzter, weil einer geläftet ist. Das gefällt mich gut. Egal. Aber ich fahr nie wieder in den 77, der ist so scheiße, Alter. Gucken wir mal, was die anderen wieder wählen. Ich will kein Motorradrennen machen. Und ich will auch keins machen, was wir... Okay, da oben. Stunt-Doppel-Looping. Nice. Das ist auch eins, was ich noch nicht gemacht habe. Das gefällt mich. Es läuft gerade Twimbo. Wow. 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 Bick, bick, bick. Wow, Friesen. Wow. Wow. Alles klar. Oh. Blablabla. Blablabla. Oh, lololololol. Nein. Doch, doch. Bink, nein. Buck, buck. Auf jeden Fall, warum lädt das denn jetzt schon wieder so lange? Oh, Mann. Weil du ein Huhn rinzen bist. Hier fliegt schon die ganze Zeit so eine scheiß Motte in meinem Zimmer rum. Finde ich voll gar nicht geil. Dann hol dir eine Katze in dein Zimmer. Nee, die nervt auch wieder nur. Aber die kann ja einmal pupsen, und dann ist alles wieder tot. Ja, dann liege ich aber auch hier neben. Es ist ja zu schlimm, Kauteralschaden. Let's go. It's me, Mario. Pisswasser. Irgendwie hat das Auto viel zu große Reifen, finde ich. Welches? Das hier, was ich fahre. Oder kommt mir das nur so vor? Dafür kann man das, glaube ich, auch wenn man es tunet, sehr tief legen. Oh, nee. Man muss sich entscheiden. Daniel, warten wir rechts oder links? Rechts oder links? Nee, rechts. Hauptsache Vollgas. Ich bin auch rechts. Ich gehe immer rechts. Ja, weiß ich doch. Das geht ziemlich rechts. Och, du Scheiße. Ja, genau. Und ich bin natürlich der Einzige, der sich gedreht hat. Willst du mich denn wieder verarbeiten? Habe ich dich gerammt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich gedreht. Und jetzt bin ich wieder am Arsch. Och, guckt euch doch einfach, Leute. Als ob ich jetzt so da drüber komme. Oh, das hat sogar funktioniert. Oh, ich bin 8er. Ich bin 15er. Okay, jetzt bin ich wieder 4er. Aber wenigstens bin ich nicht letzter. Aber komm schon, das kann doch nicht sein, dass die Leute mich alle rammen. Also, dass ich der Einzige bin, der sich dreht. Oh, die Map habe ich schon mal bei Kev gesehen. Ja, ich auch. Aber der eine Hurensohn hat mich... Dein Ernst? Der hat mich gerammt. Obwohl, nee, ich habe das in einem anderen Video gesehen. Das war mal... Ich bin 3er. Das Video war mal gefeatured da auf rockstargames.com. Mike, brems mal. Ich bin 3er. Ich will... Oh. Ja, so macht man das nicht, ne? Ach du Scheiße. Ja, ne? Sehr elegant, würde ich sagen. Also... 5-Gehol-Manöver. Alter, f*** dich mal weg, Alter. Ich habe auch gerade den geholt. Ist kein Problem, GTA. Ich bin letzter. Aha. Nee, 14er bin ich. Da vorne springen die alle rum. Ja, ich habe wieder eine Chance. Uh. Ich hätte doch meinen Tee beim Proto nehmen sollen. Stuntkamera. Määää. Was? Kameradenzahl? Stuntkamera. Dann. Es ist Zeit für Krieg. Oh. Ich habe immer Angst durch so einen Looping zu fahren, weil... Hm. Warum? ...berechtigte Gründe und so. Warum? Ich habe einen im Looping überholt. Jawoll. Wuhu. Wuhu. 10-Überhol-Manöver. Nice. Ich bin wieder gut im Rennen hier. 9. Da bin ich gerade. Ich bin 13 da. Aber es blockt doch nicht, du Wix. Ich habe keinen Bock mehr. Ich würde gerne mal ein Looping machen, aber ich will nicht wieder Letzter werden. Ja. Oh nein. Mano. Ich dachte schon, die hätten sich überschlagen, aber nein. Die haben natürlich nur gelegt. Nein. Und auf einmal war der eine wieder hinter mir. What the fuck? Also, jetzt läuft es gerade. Geh weg. Der ist explodiert vor dem Punkt. Nein.